Ja, wir sind im Lager zurück. Ich habe ein paar Sachen angeschmissen, wie ihr seht. Hier zum Beispiel die Eier, die können wir da mal gerade rüberpacken. Ich habe die Pals auch neu strukturiert. Man guckt da schon wieder ein Ei. Wir haben so ein bisschen Eisen gemacht und so. Wir haben hier auch den Galeck-Cluff-Handschuh gemacht. Den werden wir mal nehmen. Ich hatte hier Rüstung repariert. Hier werden noch Pfeile gemacht. Die hätte ich aber da hinten an der Werkbank auch schon genommen. Wir können hier mal gucken, dass wir was verstauen können. Die Barren können hier rein, obwohl sie wahrscheinlich im anderen sind. Die Pfeile sind schon mal hier. Das ist schon mal gut. Und das lasst uns die Barren da rein machen. Weil ich glaube, die sind hier schon drin. Genau so ist es. Da gibt es Barren. Und wir gehen mal in den PAL-Indings nach dem Logo und schauen mal, was wir noch machen können. Weil da unten stehen nur 13 Punkte und einer. So, dann scrollen wir mal runter. Wir sind... Pflanzen haben wir schon. Übergangs-Dummi, Kühlschrank haben wir. Metall-Sperre haben wir nicht. Aber ich glaube, den brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Megasphäre haben wir schon. Wir haben den Kochtopf, glaube ich. Ja, ist ja schon markiert. Was nicht ist, das ist... Wir gehen mal nach hier ganz unten. Also den haben wir hier schon mal gemacht. Und den haben wir jetzt auch. Und hier ist eine Metall-Rüstung. Eine Rüstung aus Metall bietet relativ guten Schutz und ist relativ schwer. Für die Herstellung wird hochwertiges Werkfang benötigt. Die machen wir auf jeden Fall. Und hier ist noch ein Metallhelm dazu. Und den machen wir auch auf jeden Fall. Springbrunnen würde hier mehr Bewässerung schaffen. Ah, weiß ich jetzt noch nicht. Antiken Bedarf. Hier ist Dazis Halsband. Hm, weiß ich jetzt nicht. Jetzt haben wir hier ein antikes Sofa. Nee, großes Fangeisen. Das wäre vielleicht interessant. Hier der Betäubung zu erkranken. Ein Knampfer, dem Opfer einen elektrischen Schock versetzt. So betäubt als Paltel sind. Leichter zu fangen. Für Herstellung würde. Aber da brauchen wir noch eine Elektro-Drüse für dann. Wir haben... Um das einmal herzustellen, brauchen wir das. Und was dann, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir es trotzdem machen, ne? So, dann Olympisches Feuer wäre Licht. Ah, Feuererzeugung wäre dann schneller. Ah, hier ist noch die GIGA-Sphäre. Die sollten wir vielleicht mal machen. Weil dann ist es vielleicht noch besser, Pals zu fangen. So, hier waren wir schon. Steinbauset. Wie viele Punkte haben wir noch? Drei. Vier. Drei brauchen wir. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Feuerheizung, damit mir nicht kalt wäre. Giftpfeilarmbrust. Hört sich natürlich auch nicht schlecht an, ne? Feuerpfeilarmbrust haben wir auch. Die müssen wir nur wann wahrscheinlich bauen, ne? Da fehlt Holz. Nägel und die Feuerdrüse. Eine Feuerdrüse wird da fehlen, okay. Käfig zum Ausstellungsgefangener Pass. Das ist jetzt für mich erstmal nicht wichtig. Ja, und hier rechts war. Aber da brauchen wir zwei Antikepunkte. Also das ist hier schon mal erledigt. So, Palpedia. Ja, den Mammurrest haben wir schon angeguckt, glaube. Ich habe zum Beispiel hier noch einen zweiten von eingestellt, von dem Pengking, weil der schon zweier Sachen hatte. Denn zum Beispiel hier, der Depresso, den habe ich rausgenommen, weil der nur eins hatte für Steineklopfen. Ja, das ist erstmal hier soweit alles, denke ich. Hier können wir das Team nochmal sehen. Ich habe den auch ausgetauscht, weil er dann insgesamt doch bessere Werte hat. Der ist aus dem Lager für den Mammurrest, glaube ich, rausgekommen. Dann habe ich den hier reingenommen. Ja, das war es dann schon. Hier können wir noch Werte erhöhen. Wir haben wieder einen Punkt, aber es kann nur Angriff sein. Oder Gewicht tragen. Weil Gewicht tragen ist jetzt schon mittlerweile, wenn wir die Rüstung machen wollen, dann doch wichtig. Ja, bestätigen wir mal. Weil die Rüstung wird wiegen, gehe ich von aus. So, und dann müssen wir gucken, wo wir sie machen können. Ich glaube hier, ne? Ne, hier sind Waffen. Das kann es nicht sein. Dann muss es diese Werkbank sein. Ja. Aber Metallrüstung. Metallbarren und Leder brauchen wir vor allem noch. Okay, aber den Helm können wir definitiv schon mal anstoßen. Wird auch schon gemacht. Gut, dann lasst den Helm mal schon mal machen. Hier war jetzt nichts, was ich noch brauchen würde. Höchstens hier die Munition. Aber da kriegen wir, ja, da würden wir 40 zueinander kriegen. Oder ne, 4. Aber das sind dann 10 Schuss. Also 40. Ja, komm, machen wir. Oder kann gemacht werden, sagen wir es so. Das Ei haben wir da hinten noch. Aber warte mal, da lass uns gerade ein neues mitnehmen. Das war, glaube ich, in der Kiste hier. Oder eine weiter. Aber hier ist auf jeden Fall eins drin, das wir dann rausnehmen können. Und dann packen wir das gerade hier rein. Nehmen das raus. Was ist es für einer? Achso, das müssen wir brüten. Tombat ist das, okay. Da haben wir, glaube ich, einen schon von, ne? Okay, ja, da ist, nee, dort, nee, den haben wir neu. Okay, dann müssen wir uns den noch angucken. Und hier können wir jetzt das Ei gerade reinsetzen und gucken, was dann da passiert. Tombat, Tombat war doch nicht. Ich dachte, den hätten wir schon gehabt. Haben wir aber nicht. Was ist das? Durch Fackel, okay. Dann lass uns nochmal schnell in den Palpedia gehen. Ich habe gedacht, der wäre das gewesen. Aber ist er gar nicht. Wo ist denn der Tombat? Da ist der Tombat. Okay, taucht unvermittelt vor anderen Pals auf, breitet stolz seine Flügel aus. Man vermutet, dass aus dieser Einschüttung dienen soll. Aber so ganz kann man das bei der ekstasischen Mine, die es so weit zieht, nicht glauben. Okay. Sammeln, Bergbau und Transport 2, okay. Sammeln, Bergbau und Transport 2. Leder. Kleine Palsäle. Achso, das wirft der Abwenn. Ja, lass uns mal gerade gucken. Nochmal gerade schauen. Sammeln, Bergbau und Transport. Sammeln hat der nicht, aber der ist zu gut. Sammeln 1, Bergbau 1, Transport 1. Er hat noch zu witzig Handwerk. Der ist schon klar. Handwerk, Transport und auch das. Der ist so gut. Sammeln, er gießt. Ja, der macht nur Feuer. Das ist schlecht Sammeln. Und Dingens. Weide hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber Weide ist es ja nicht. Er gießt auch noch mal. Haben wir zwei zum Gießen hier dran? Nein, nein, nein. Ich habe jetzt, glaube ich, den hier doppelt oder so. Sammeln. Okay, er macht nur Feuer. Ich glaube, wir könnten, aber der macht auch Wasser. Das ist jetzt schwierig, ne? Feuer finde ich schon ganz cool wegen Barren machen und so, ne? Er gießt noch mal. Und er gießt auch noch mal. Der hat Handwerk. Der dafür, na, er hat zwei beim Abbauen. Aber Abbauen tut schon der Mammorrest. Und dann könnten wir den noch tauschen und dann gießen, weil er könnte ja weiterhin gießen, glaube. Ja, ich glaube, wir tauschen den mal aus. Wer war das jetzt? Der Combat? Nee, Combat hieß der nicht, ne? Hier, der da. Tombat. Ich glaube, wir tauschen den gegen den aus. Da hat einer gerade einen Baum gefällt. So. Hier ist gar keiner dran. Auch gut, ne? Hier gibt's gerade nix. Was wird da gemacht? Okay, der wird abgebaut. Hier sind noch die 21 Pfeile. Nehmen wir mal gerade mit. Hier war zum Leveln ab, braucht man noch eine Stufe erst. Lass uns gerade hier nochmal reinschauen, was wir hier loswerden können. Auf jeden Fall das Holzstück. Der Rest kann so bleiben. Dann sind wir eigentlich schon wieder reisefertig, oder? Da sind ein paar Spiegeleier drin, da habe ich jetzt aber nicht die, nicht das Bedürfnis, das zu tun. Können wir hier noch was machen? Können wir hier einen upleveln? Der da wäre das. Aber da sehe ich hier nix, ne? Gut, ach, den Tombat habe ich jetzt gar nicht so gesehen, was der hier könnte, ne? Wo sehe ich das denn noch? In Palpedia nicht, ne? Das sehe ich hier, glaube, ne? Der Tombat, was kann der denn? Ah, Luftkanone 25. Also da ist er, da ist gut im Lager aufgehoben, würde ich sagen. Gut, das würde bedeuten, selber leveln können wir nicht, da fehlen uns noch die grünen Dinger für. Dann gehen wir mal auf Reise. Dabei ist mir dunkel. Lass uns gerade pennen, und dann gehen wir auf Reise. Und welche Reise machen wir, ist dann die Frage. Eigentlich müssten wir schauen, dass wir diese Rüstung fertig kriegen. Was braucht man denn dafür? Ah, der Helm ist schon fertig. Lass uns mal gerade nach der Eisenrüstung gucken, Metallrüstung. Leder brauchten wir zwei und Metallbarren. Metallbarren sind natürlich einige. Ich hatte da welche in Auftrag gegeben, können wir gerade mal gucken, aber ne, die habe ich schon eingesammelt wohl. Können wir noch welche machen? Ich glaube schon, oder? Ja. Einen einzigen. Also nicht so dolle. Dann würde ich sagen, setzen wir mal den Helm auf. Dann könnt ihr mal gerade gucken, was hatte der denn hier? Verteidigung 15, Lebenspunkte 60. Ja, 50, 100. Das macht schon einen Unterschied. So, das heißt, wir gehen mal Eisen holen. Ah, da ist unser Vogel. Und der fliegt. Der fliegt eine ganze Ecke besser. Sehr cool. Aber ich glaube, der fliegt nur nach unten und nicht nach oben. Ja, der fliegt nicht hoch, leider. Der fliegt nur runter. Das ist schade, dass er nicht hoch fliegt. Aber er fliegt schon mal viel weiter wie die anderen, glaube ich, diese Gleiter und so. Ja, da war eben nicht alles gefarmt von dem Eisen, deswegen ist das nicht ordentlich respawned. So, packen wir mal gerade aus. Eisen haben wir gar nicht hier. Können wir noch was anderes raus tun? Nicht wirklich, doch die Nägel machen wir mal hier woanders rein. Das kann auch weg, aber das passt hier tatsächlich nicht rein. Ich nehme mal gerade ein Ei mit, vielleicht ist das schon fertig. Hier ist auch schon alles besetzt, also da rein. Das kann hier rein. Und die Nägel können da auch rein. Gut, das bedeutet, wir gehen jetzt gucken nach dem Ei. Das ist auch schon fertig. Ein Melpaka war das, okay. Und den nächsten da bitte rein. Der braucht 10 Minuten. Gut. Hier nochmal anstoßen. 15, ich glaube, das reichte noch nicht, oder? Aber hier ist schon mal 20 Munitionen, die nehmen wir doch mal schon mal mit. Und die Rüstung war hier, glaube ich, oder? Metallbarren 15, und jetzt verstehe ich es nicht ganz, aber ich habe doch tatsächlich nur einen Teilbau. Naja, wird schon werden. Nee, das ist erst mal nicht. Ich wollte C drücken. So, und jetzt müssen wir mal gerade hier gucken. Das ist ja der Mammorrest. Ich glaube, wir fliegen da mal hin und gucken uns den an. Weil wir haben ja letztens auch einen besiegt. Und der ist da oben. Das Endgegner. Eigentlich könnte ich den schaffen, wenn ich den anderen auch geschafft habe, oder? Da geht ja gar nichts runter, ne? Ich glaube, der ist ein bisschen anders wie der andere. Kann das sein? Ja, das ist anders wie ein normaler. Das macht also keinen Sinn. Okay, dann lass uns weg. Also der ist auf jeden Fall eine ganze Ecke schneller, ne? Ich glaube, der Mammorrest, der ist dann geschichtet dadurch, ne? Will ich hoffen. Also das bringt schon mal nichts. Okay, dann ist das geklärt. Das nützt uns alle nichts mit dieser Waffe. Da müssen wir nicht hin. Ja, wir laufen mal gerade hier hinter. Also der Endgegner ist es nicht. Der ist bei Weitem besser wie das normale Mammorrest. Gut. Sollen wir den mal sammeln? Wir brauchen ja noch 10 davon, ne? Mal gucken, ob wir den so kriegen. Ja, sieht so aus, dass ich den gekriegt habe. Sehr gut. Da haben wir schon ein mehr von dann. Okay, wen haben wir denn noch? Pengolets brauchen wir nicht. Da ist eine Kugel, die sollten wir vielleicht mal gerade einsammeln, oder? Einen Fuchs brauchen wir nicht. Wer jumpt hier im Wasser? Gummus. Hier ist jetzt nichts Besonderes, oder? Ja, wir müssen auch nachts gucken, dass wir nachts noch mal hier irgendwo lang gehen, um diesen einen zu kriegen, ne? Diese Eule, oder was es ist. Da oben ist auch noch einer. Den wollen wir doch mal kriegen, da oben, oder? Ah, schade. Der zweite Schuss war im Volltreffer wohl, ne? Den kriegen wir nicht mehr. Schade. Ich dachte, der zweite Schuss geht auch noch. Die Metallbarren sind fertig, okay? Und hier? Das ist ein Einser. Aber mit der Axt geht's sogar, ne? Und da brauchen wir, glaube ich, noch welche von den Elefanten, ne? Genau so ist es. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr, die Lammballs. Den da, den brauchen wir, glaube ich, auch noch. Ist das eine Kugel da rechts? Ich glaube schon, ne? Drei Stück von denen brauchen wir noch. Sind hier noch welche? Oh, die Tefanten, die brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Aber die sind schneller weg, als du denkst. Da hinten sind noch grüne. Da brauche ich nur noch einen von einem grünen. Wäre schön, wenn jetzt noch hier einer irgendwo rumläuft, aber das sieht jetzt nicht so aus. Oh, das ist ja krass darunter. Ey, da oben ist ein grünes Ding. Und das ist ein Livmonk, glaube ich, ne? Sehr schön mit dem grünen Ding. Was ist das denn hier? Sieht speziell aus. Eistechnikfrucht, Eisschnitter. Okay, keine Ahnung, was das ist. Cooler Baum. Vielleicht sollte ich den nicht umhauen, sondern gucken, dass ich da oben noch einen kriege. Aber doch, jetzt kriege ich, ne? Vielleicht wächst das hier öfter, das noch einer. Jetzt habe ich den auch noch gekriegt. Erdtechnikfrucht, Steinsalbe 1. Okay. Gucken wir mal gerade hier runter. Da geht es irgendwie ins Nirgungswo, ne? Das Wasser ist da unten, okay. So, jetzt brauche ich noch so einen grünen. Ist hier noch einer? Nicht wirklich, ne? Da ist noch ein Elefant. Stellt sich echt die Frage, ob ich den da nicht sogar so kriegen würde. Munition ist fertig, okay. Und wir haben Level Up, das heißt, das ist cool, weil da war was, was wir freigeschaltet haben. Dadurch. Achso, dieses weiche Bett für die Pals, ne? Oh, shit, das war ein Schlag wieder zu viel. Hier liegen gerade nur Kugeln rum, ne? Und nicht mehr so blaue Bruchstücke. Auch interessant. Da sind noch Elefants. So, das müsste der letzte dann gewesen sein, oder? Ne, einer fehlt tatsächlich noch. Hm. Das ist nur ein Bruchstück, das will ich nicht. Da ist der letzte von denen. Und dann haben wir wieder einen Bonus. 1104 erledigt. Sehr gut. Äh. Einen Elefant brauchen wir noch, ne? Ist das eine Kugel, ne? Läuft hier noch irgendwo ein Elefant rum, ne? Leider nicht. Und ich sage mal, wir werden jetzt hier auch einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.